Sodala, Grüße, hier unten, nicht am Fuß, in der Kathedrale, unten drinnen, denn dort habe ich Roman hingeschickt, denn er muss den einzig verbleibenden Weg beschreiten und zwar an diesem Gesellen vorbei. Und an den Teerviechern, durch die Schnecken, Teer, Monster, Blobs. Ach, zeig nochmal kurz den Ring, den ich gefunden habe. Was? Ring? Achso. Ja, Moment. Hast du den schon angelegt? Nee. Machen wir auch nicht. Und zwar der hier war das. Ja. Als Schwertring. Gut zu wissen. War oben quasi in der Kurve und zwar, ich zeig es nochmal, da oben in der Kurve. Genau. Da habe ich schnell mal beim Vorbeigehen mitgenommen. So. Schnell mal im Vorbeigehen. Guck mal, du kannst, genau, geh am besten so, dann hast du den... Genau, da ist es kürzer. Nee, ist es nicht. Aber du hast weniger. Ich gehe jetzt erstmal hier rum. Ach nee, hier geht es nicht rum. Ja, da war ja schon mal ein Hebel, deswegen. Oh, der macht bestimmt gleich irgendwas. Warte mal, ist hier noch irgendwo ein Hebel? Guck mal rechts rum. Nee, da kommt nichts raus. Das ist nur hell. Ja. So, da sind überall Schnurrtermonsten. Du musst da vorbei, es hilft nichts. Ey, das ist Selbstmord. Komm jetzt, mach. Selbstmord. Waaah. Selbstmord. Roll. Der macht überhaupt nichts. Muss rollen. Oh, shitty. Shitty. Einfach rollen. Einfach rollen. Roll doch einfach. Und jetzt. Oh, roll nicht hier hoch. Ich trinke. Und dann laufe ich weiter. Und dann laufe ich hier rein. Schnell recht rein. Ich bin rein. Ja, geil, oder? Ey, siehst du, mit rennen kenne ich mich aus. Ich will jetzt nicht sterben. Ach, du shit. Hier lang. Nein, hier ist Schluss. Nicht sterben. Hallo? Kannst du einfach gegen überliegend rennen? Guck mal, der hat das auch so gemacht. Ich mach das einfach. Und dann? Da hinten geht's nicht weiter. 100 pro. Na, weiße Geister heißt, dass sie nicht gestorben sind. Ja, ich weiß. Aber der ist ja nach links gelaufen. Da sitzt doch noch so ein betrunkener Ritter auf der Bank. Ja, schön, oder? Soll ich nicht rechts die Treppe hochlaufen? Rennen irgendwie rum. Ich renne gerade aus. Rennen und dein Leben, wenn du eins kannst. Rennen und dein Leben. Gut. Willst du denn hin? Ja, hier. Na, hier lang. Guck mal, hier um die Ecke. Guck mal, hier um die Ecke. Guck mal, hier ist die Sackgasse. Ich glaube, jetzt hier links hoch. Verdammte Axt. Sehr gut. Und hier geht ziemlich weiter. Da nicht, das sagt. Da nicht. Da hinter, dahinter musst du genau. Rennen einfach weiter, verdammt das Scheiße. Ah, ein Nebel, schön. Ein Nebel. Ja, das kann doch nicht der Weg zum Boss sein, so. Nein, ist einer hinter mir? Nee, nicht Bonfire. Ich lese die Nachricht. Na, komm voraus. Zeit für Freund. Oh, oh. Ist das etwas. Können Sie sich ja auch entfachen. Und dann? Wenn du Glück hast, ist ja dann so ein Zeichen für einen NPC. Ja. Kannst aber auch einfach erst mal gucken, was es uns überhaupt erwartet. Ja. Was werde ich natürlich tun. Sofort. Ja, wirst du doch. Oh, ja, ohne das Abfund. Scheiße. Guck mal, das sind viele einfache Mobs. Die kannst du einfach töten. Jo, klar. Einfach töten. Geh und zurück. Hey. Lass mich doch mal beholen. Guck mal, das ist ein großer Arm. Du kannst schön drum rum. Ich könnte eigentlich jetzt. Guck mal kurz. Guck, Fettsack. Na, er ist umgefallen. So, schaff dir mal Distanz. Geh mal ganz, ganz weg. Also, ich geh mal ganz weg. So. Jetzt hier hinter die Ecke. So, jetzt erwarte ich es dann nämlich hier. Trink aber trotzdem mal die. Ich trinke mal die. Du kannst doch mal eine Brandbombe werfen. Nee. Nein. Doch, bitte. Doch. Ich muss ja mit dir in den Tag. Ich fühle mich in die Masse rein. Doch. Gut. Geil. Nochmal, komm. Ja, mach ich. Ja, aus dem Fetten. Okay, gut. Das klappt. Ja, aber nicht so schlimm. Ich krieg jetzt nicht so gut. Dann kommt doch einfach von hinten rein. Genau. Schwetsch wieder aus. Und drängen. Schwetsch. 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 Schwetschgen. 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 Feigen und Schwetschgen. Guck mal, du meintes Zaubern. Mach den Tod. Genau. Nochmal. Und weg. Ja, geil. Fack, 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 fack. Fack, fack, fack. Fack, fack, fack. Entweder war das so Zufall oder manche Zauberung war. Die kommen wieder. Nein. Mach den Tod. Ja, ich mach den Tod. Weiter, weiter. Und gleich wegrollen. Ausdauer. Aber es dauert. Und springen. Ja, ja. Mach ich. So, jetzt mit dem Pfeiler. So, okay. Die schießen. Oh, oh, oh. Also die, die leuchten, die schießen, oder was? Kann sein. Oder die, die groß sind. So, und jetzt machen wir es mit dir hin. Es sind übelst viele. Na, voll sind nur so ein Wurm. Also es gibt nur manche, die von der Lebensleiste dann abgezogen werden. Siehst du das? Ja. Keine Ahnung. Vielleicht die, die da wieder auftauchen. So wie man den da, ja. Ne, doch nicht. Ja, doch vielleicht nur die fetten. Die Diakone des Akons. Ne, das sind die, die bringen gar nichts. Ja. Das sind, glaube ich, genau, das sind die, die nur ablenken, sozusagen. Fetten, glaube ich. Ne, auch nicht. Auch nicht. Dann sind es die, die zaubern, ja. Nee, die leuchten, die haben Kerzenträger. Ah, stimmt, dort. Kerzenträger sind es nämlich. Oh, stark. Auch nicht. Hä? Wer ist es dann? Das macht die Masse. Was meinst du? Oh, fuck, ey. War irgendein? Vielleicht ist es nur genau einer. Ach so. Weißt du? So gut, ich einmal. Der, der leuchtet da hinten. Ach so, es ist wahrscheinlich immer der, der leuchtet. So. Der ist aber mitten in der Masse. Schade, das ist Absicht. Ja. Gut, dann umlaufe ich den ganzen Kranz nochmal. Schalt ruhig aus, was sich auch fehlt. Oh, Aua. Aber guck mal, die sind nicht füllt, die kommen dann einfach raus. Ja. Richtig. Aber ich könnte es ja teilen. Trink. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir ihn raus suchen. Liste, das haben wir schon mal ein paar rausgefiltert. Ja. Jetzt saubern. Ja. Wo ist er? Er ist mittendrin. Echt mittendrin. Dann hilft nur eins. Ich muss hier angreifen. Du musst, du kannst, da ist noch eine Lücke, wenn du jetzt durch und an die Startung gehst. Genau. Hier hinten rum. Ich mach das jetzt. Sagen, jetzt muss wahrscheinlich überladen. Genau, ja, so ist es. Das wechselt. Richtig, sehr gut. So machen sie es. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Versuche sie nicht so auf Treffen zu lassen. Ja, ich mach's gut. Ich will, dass das nicht alles sein wird. Ich hoffe es natürlich auch. Das wird aber nicht so sein. Okay. Wo ist er? Da hinten? Ah, sehr gut. Schön einzeln. Oh shit. Recht. Ja, gut. Wieder nochmal strengen. Noch mal strengen. Okay. Da hinten ist er. Aber wir gehen wieder hier rum. Kein Risiko eingehen, weiß ich nicht. Ich fühl mich sicher auch. Dann kommen wir aber auch unerwartet rechts um die Ecke. Ja, ja, das ist okay. Das macht nichts. Bei allem ist er ja jetzt auf der Seite. Falls er nicht langsamer läuft als die anderen. Ich dachte gerade, er wäre es. Also, das stinkt noch. Da ist er direkt am Rennen. Mach. Guck mal, der hat hinterhalb. Ja, der war gleich daneben. Du musst ankreiden. Und vor uns wird es nicht. Wo soll er denn? Bei den Pult? Einfach durch. Ja, toll. Du hast 1000 gebrochen. Und hier. Doch, doch, habe ich. Und hier hat abgezogen. Oh, Mann. Du musst die mehr am Blick haben. Ja. Genau. Meinst du dir nicht so viel ab? Nee, richtig. Los, Rainer. Oh, hä? Was war das? Guck, das ist Wunder. Shit. So eine Wucht war das. Komm, noch nicht. Da. Wo ist er denn? Es ist weg. Ich habe gerade irgendwie in den Boden versickert. Willst du trinken oder noch nicht? Nee, noch nicht. Wir ziehen so wenig ab. Also, wir ziehen zwar konstant immer ab. Ja. Da ist er. Sehr gut. Komm schon. Was hast du denn nicht nochmal geschlagen? Ich weiß es nicht. Hä? Ist doch nämlich wieder weg. Ah, da hinten ist er. Ich glaube. Da ist er. Du, zurück. Kann ich gucken, wo es ist? Ja. Da ist er geil. Das ist immer scheiße, wenn man es sehen kann. Da ist gerade noch. Es geht nie ab. Da ist er aber. Ja. Gnauer. Da ist der Papst von denen. Ja. Zurück, zurück. Ich springe. Heilung. Ich springe um die Ecke. Heilung. Ja, mache ich. Wenn mal lieber nicht zu dir rollen. Hä? Ich bin nicht mehr gebrochen. Jo. Guck mal, die machen immer was. Ja, ich weiß. So ein Trick. Mann. Nein. Nein. Raus. Raus. Hä? Ja. Es ist doch alles richtig dunkel, ey. Irgendwas kriege ich unten ab. Wie ist das? Das ist ein Versuch. Oh Scheiße. Wir müssen irgendwo hin, um mich zu entfüllen. Ja toll. Wir müssen nicht zum entfüllen, denn ich werde sterben jetzt. Zum Licht, geh zum Licht! Was ist denn für ein Licht? Das Licht? Ja. So, was heißt das? Kann schwer sein. Okay. Jetzt weiß ich, wie man da schneller hinkommt. Du musst den Shortcut öffnen, Roman. Ich habe den Shortcut nicht geöffnet? Natürlich nicht. Und jetzt? Wo muss ich ihn lang? Erstmal wie gehabt. Wie gehabt wäre ich hier lang gelaufen. Nee, hier lang gelaufen. Du musst in die Richtung rennen, wo dieser eine weiße Geist ist. Dann kann man nämlich diesen Fahrstuhl öffnen, wo das geklemmt hat. Ja, da musst du erstmal hin. Ach du Scheiße. Also musst du jedes Mal diesen dummen Weg wieder machen. Ja. Das ist ja wohl nicht Sinn. Nö. Also quasi in die Kathedrale? Ja, jetzt musst du erstmal wieder hier lang. Ja genau. Jetzt hier einmal drum rum. Ja. Ja. Okay. Ja. Auch sauer. Jaja. Ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, fuchs. Ich wusste es. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Mann ey! Drachentöter-Großfeil. Cool. Hilft uns auch nichts. Sollten wir mal verschießen. Ach Mann! Das ist doch doof. Was links? Warum denn nun links? Na, weil man dann dahin kommt, wo du vorhin gesagt hast, dass da dieser Torbogen ist, wo ich mal hin soll. Ja. Da ist doch dieser Hebel, der klemmt. Und der Fahrstuhl, der ist da drunter. Weiß ich nicht mehr. Aber wir werden es schon schaffen. Das ist einfach ignorieren. Genau. Das ist nicht wert. Ja. Ja. Okay. So, jetzt sind wir hier unten. So, jetzt müssen wir noch weiter runter. Nee, links. Hä? Oh, guck mal! Geil! Du bist geslidet. Ja, lass es. Pass richtig. Und es ist runter. Nach unten, gell? Ja. Ja, das sah cool aus, dieses Sliden. Jetzt musst du nach links. Jetzt rennst du einfach wieder schön durch. Genau. Und renne aber nach links. Genau. Genau. Okay. Concentration. Hier lang. Dann rechts. Genau. Jetzt bist du wieder hier. Okay. Jetzt weiß ich erstmal, wo es weiter geht. Jetzt bleib mal stehen. Da oben musst du durch. Jetzt machen wir die Kamera nach links. Und da ist dann so ein Fahrstuhl, der das... Aber da war ich doch. Nein. Da hinten, da hinten, über dem Kopf bin ich... Das ist falsch, du musst richtig da durch. Wodurch? Na, wo diese kleine Tür ist neben diesen... Da über meinem Kopf? Nein. Nee. Links. Noch weiter links. Was? Noch weiter links? Nein, nicht so weit. Echt? Wo denn? Wo denn jetzt so in etwa? Da musst du hin. Hörst dein Kopf. Ah! Was ist denn... Alter. Was? Da oben? Da, wo das Leuchten-Ding ist. Ja, da musst du hin. Aha. Okay. Mach das mal. Mach das mal. Okay, jetzt geht's wieder los. Rolle, Rolle. Rolle, Rolle, Plätzchen backen. Ja, cool. Ja. So ein dummes Magenvieh, ey. Okay. Eigentlich musst du gegenüber von diesem Ausgang jetzt hinrennen. Na, da war ich doch. Nein, da links durch. Ach, da links durch. Ah! Okay. Moment, das mache ich ja. Warte, bist du da. Ja, genau. Ich warte, bis die App da bei ihm sind. So, jetzt. Jetzt quasi hier durch. Sehr gut. Weiter. Okay. Da ist der Fahrstuhl. Ah ja, und den Dings drücken. Nee, du musst auf den Fahrstuhl drauf. Ach so. Ach so. Ah, der ist ja schon. Woah. Mach's gut. Huiuiuiui. Sehr gut. So, guck jetzt. Geh mal. Und jetzt? Na, da lang. Da kannst du jetzt lang. Hä? Und jetzt? Na, links. Was? Guck doch mal nach links. Ich guck nach links. Nee, nach oben. Nicht nach unten. Guck und da gegenüber. Hallo. Hallo. Wo denn? Da oben? Nicht oben. Unten. Gegenüber von dir, wo du hinguckst. Die Spielfigur. Was ist da? Hey, wo guckt denn die hin? Wo denn? Welche Spielfigur denn? Wo ist denn hier? Ach so. Was ist da runter? Guck doch mal, wie die guckt. Ich guck. Ich guck, wo die guckt. Da drüben die Tür. Da ist das Bonfire. Und das ist jetzt der zukünftige Weg. Wo da oben? Ja. Und? Kann ich jetzt machen? Nicht. Wenn du stirbst, kannst du dann immer von da aus starten. Ach so. Dann musst du nicht mehr an den Beinen riesen vorbei. Ach, das ist jetzt in Ordnung hier. Der lebe oder was? Ja, genau. Du musstest das einmal nicht aktivieren. Ach so. Sag das doch. Nein! Du dummes Vieh. Stirb am besten. Nein, ich sterbe nicht. Ich lebe. Du brauchst aber so viele Sachen wie möglich. Ich werde es schaffen. Ja, jetzt trinken. Guck. Nein! Das ist doch nicht wahr. Wisst ihr? So Gegner sind einfach unbesiegbar. Ich lege das jetzt fest. So. Du musst ja dann einfach nur wieder durchrennen. Muss ich jetzt zu einem anderen Bonfire? Ja. Ja, eben. Ja. Und zwar zum untersten. Richtig. Und zwar zum untersten. Richtig. Na ja. Sag ich doch. Hab ich doch auch gesagt. Ich weiß trotzdem nicht, wo es lang geht. Geradeaus und links. Okay. Geradeaus und links. Und dann den Fahrstuhl nehmen. Ja. Und dann einfach an dem Ding vorbei. Und hinten rum. Und dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was passiert ist. Ach. Okay. Geht aber lange jetzt. Ja. So. Umdrehen. Raus. Animaten Männern links vorbei. Ja. Lasst mal Energie sammeln. Wupp. Ha. Okay. So. Und jetzt hier runter. Und jetzt. Über die Brücke. Ja. Lief jetzt komisch. Und jetzt links. Hä. Gar nicht geradeaus. Und dann rechts. Ha. Stimmt. Ha. Was ist denn so eine Orientierung? Oh. Ey. Ich heute überhaupt nicht. Guck mal jetzt rechts. Weißt du jetzt wieder wo es ist? So. Ja. Ach so. Ja natürlich. Das ist ja einfach. Ja. Übelstkreis oder? Guck mal hier sind sogar meine Seelen. Hier. Oh. 268. Die wollen wir nicht verschmähen. Nee. Oh Gott ey. Ich stehe den Fahrschuh am besten gleich hier hoch. Ach so. Stimmt. Wupp. Hoch ist einfacher. Hoch ist einfacher. Jetzt wieder durchrennen bis zu den Boten. Und zwar links. Ja. Schwuppdiwupp. Und vorbei. Und nochmal kurz ausgeruht. Und weiter. Und ausgeruht. Und weiter. Und ausgeruht. So weit ist es nicht. Ganz allein. Muss nur kurz vorher stehen bleiben. Aber jetzt ist noch ja worauf wir achten müssen. Jo jo jo. Hallo. Da ist er gleich. Da ist er gleich. Und gleich greife ich in die Hand. Genau. Um und weg. So. Jetzt gucken wir gleich wo der nächste ist. Da. Da ist er auch. Mittendrin. Und hinten ran kommen. Ja. Wenn sie nicht heißen dürfen. Das. Guck mal hier. Guck mal das wird nicht jetzt. Und zwar hier durch. Und jetzt hier durchgepugelt. Jo. Jo. Das ist krass. Äh. Mega. Da ist er schon. Boah. Huchst. Daneben geschlafen. Wie in echt. Okay. Wo ist er hin? Ja. Halt doch dein Schild hin Junge. Achso. Das habe ich ja auch noch. Da ist er fetter. Ja. Ich sehe ihn doch. Das war gut. Auch gut. Boah. Übel zweckgeschleubert. Ja. Wieder seine Fettexplosion gemacht. Ja. So. So. Die könnte aber auch springen. Hätte ich dir jetzt nicht so getraut. So. Jetzt hier hinten drin. Guck mal der hängt an der Seite. Ja. Ja. Jabba. Jabba der hat. Ja. Da. Ja. Voll günstig ist gut. Super. Weiter so. Ja. Nix ist es. Ich habe ihn nicht gesehen. Ach dahin. Es ist voll sinnlos die zu teilen. Weil so ist es viel günstiger. Ja. Gut. Gut. Guck mal der ist schön verwundbar. Zack. Zack. Und zack. Und weg. Das macht aber jetzt mal so ein bisschen wie er ruhig drehen kann. Noch nicht? Doch. Da. Rechts. Ich habe ihn gesehen. Weiter weiter. Ausdauer. Ja. Ich muss weg. Kurz wegrennen. Du musst gleich ran. Sonst. Ach so. Du beginnst. Ich muss jetzt wieder ran. Wo ist er denn? Ich habe ihn nicht gesehen. Ach so. Das ist der nur noch jetzt in der Mitte der. Immer der Papel. Ach so. Komm. Spring weg. Spring einfach mal. Ist scheißegal. Genau. Du musst weiter ran. Ja. Noch mal rumlaufen. Ja. Auch nicht zu viel rum. Da ist auch ein Teil noch. Jetzt noch gar nicht. Ja. Ich habe ihn gesehen. Ja. Ich habe es gesehen. Jetzt ran. Jetzt einfach durch. Komm. Fuck. Fettexplosion. Komm. Auf die andere Seite. Jetzt kommt der Flutscheiß. Jetzt kommt der Flutscheiß. Genau. Jetzt muss ich. Stark. Stark. Richtig. Ausdauer. Ausdauer. Ran. So. Jetzt sind wir ran. Wow. Und rausrollen. 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 Trinken. Ja. Trinken. Genau. Jetzt sind wir von der anderen Seite. Und hier drüben. Mach du mal mehr in die Wechsel. Jetzt los. Ja. Das wird. Ich habe es. Wuhu. Das künstler nicht. Richtig stark. Geil. Alter Ficker. Hammer. Oh. Oh. Eine kleine Puppe und eine Seele. Oh. Aber es war kein Aschefürst. Das war krass. Das war krass. Das war krass. Oh. Oh. Einzel kam voraus. Hm. Gelabert. Oh. Gibt es jetzt hier noch irgendwas? Keine Ahnung. Ich guck mal. Ey geil. Das war ja cool. Ich habe mal was hingekriegt. Hm. Das ist mein zweiter Wolls. Ja. Guck mal. Das sieht so aus wie du in eine Geheimtür hast. Weißt du nicht? Komm. Ein Versuch. Den kann man nicht weitermachen außer den zu besiegen halt. Aber ist nicht normalerweise am Endgegner dann Bonfire? Da ist doch auch eins. Hast du nicht gesehen? Ne. Komm mal hin. Ich bin wieder 8000. Ja. Siehste. Aber gut geschaltet. Oh. Die wird's cool. Hammerhart. Und jetzt würde ich sagen. Ja. Investier die mal. Ja. Richtig. Auf jeden Fall. Oh. Geil. Diesmal war ich irgendwie konzentrierter. Naja. Manchmal ist zu lange warten auch nicht gut. Richtig. Genau. Aber wir mussten ja am Anfang erstmal auskundschaften. So ist das immer. Man weiß nicht was kommt. Ich hätte fast gedacht, dass wenn man die Leiste runter macht. Mhm. Dass dann irgendwie alle weg gehen und dann nur noch einer irgendwie da ist. Ja. Oder alle zusammen gehen dann irgendwie ein. Ja. Schauen wir mal. Also wir haben ja nichts eingesammelt. Ähm. Wo wir. Glut abgeben. Also Asche abgeben können oder so. Mhm. Irgendwelche Schaben auch nicht. So. Was nehmen wir denn? Also wir hätten. Wir müssen mal bei unseren Waffen überlegen jetzt. Was wir da vielleicht hochleppen würden. Noch mehr Stärke. Noch mehr Stärke? Gehen wir auf Stärke. Ich gehe mal auf Stärke. 10.419 jetzt nächstes Mal. Krass. Guck mal wir sind schon Level 41 jetzt. Stark. Gut. Super. Ja jetzt ähm hast du noch äh genügend Zeit den Rest dort zu erkunden. Ja. Und zwar wo du bisher immer durchgerannt bist. Ja. Genau. Ok. Dann werden wir nochmal hier starten. Hey. So hättest du einfach auch hier von der Abgrund sehen können. Dann wärst du viel näher. Stimmt. Mach so rum. Ja. Warst du hier so rum? Ne. Ich mach die Akonie weiter. Da bin ich gleich hinter dem Schrein. Genau. Genau. Dann kannst du die vielleicht einzeln immer mal so weg nocken. Ja ja klar. Vor allem dem mit dem großen Schwert. Das ist bestimmt auch irgendwo ein Item. Irgendwie muss man ja mal perspektivisch auch diese Riesen verkloppen können. Da ist ja auch noch was. Nicht Riesen. Ach die Riesen. Na. Ja. Richtig. Weil man kann ja auch irgendwie gegen die Beine schlagen. Die konnte man ja auswählen. Ja ja. Aber halt. Solange man da so langsam ist das halt echt blöd. Hm. Ich weiß nicht ob das nicht doch mal umgänglich wäre oder ob es unumgänglich ist. Theoretisch könnte man das doch einfach ausprobieren. mit drum rum rollen und dann die Items nehmen und dann wieder zurück rollen oder so. Ja merkt man das da oben. Du musst das ja mal in die Zukunft abhaken. Wir haben ja auch im Wald noch nicht alles gemacht. Nicht? Na da sind auch noch schwarze Ritter. Da bist du doch mal gescheitert. Haha. Stimmt. Und die sind leichter als diese fetten hier eigentlich. Ehrlich? Zumindest glaube ich, dass die weniger aushalten. Okay. Hm. Na ja. Schauen wir uns die ganze Sache hier mal ein. Mhm. Ja, aber wenn ich hier altrig ist, also wo ist er denn dann? Oder hat er sich aufgeteilt? Guck mal hier oben waren wir auch noch gar nicht. Hier und so. Na da kann man nur einfach wieder da runterspringen. Guck. Guck mal hier. Das sind total geheimtüren. Was? Runterspringen? Ach genau hier. Ja da bist du hergekommen. Stimmt. Jetzt mach die mal schnell tot. Ja. Mach die einfach tot auch wenn da der Ritter steht. Achso. Weg. Haha. Guck mal der andere. Wie dürfte das gar nicht? Ja dann die Locken da schön weit weg. Genau. Ja. So. Dann nehme ich erst mal. Einen kräftigen Schluck. Einen kräftigen Wieb. So. Und jetzt warte ich auf ihn. Er kommt nicht ewig auf. Deswegen muss er jetzt mal hingehen. Oh. Guck dir das mal an ey. Das gibt's überhaupt nicht. Arschkrampe. Guck mal. Das greifst du auch an? Ich mach alles. Ich mach Schild. Ich mach. Du musst ihn wegsteppen. Ich mach. Ey das. Das ist unmöglich. Guck mal jetzt. Jetzt latscht der mich auch noch. Der latscht nicht. Der schlägt. Der dreht sich ständig. Ich mach Schild. Ich springe. Ich renne ohne Schild. Das geht überhaupt nicht. Das sind meine Meister. Du musst mehr drumrum. Guck mal da liegt noch ein Item. Was? Oh ja. Cool. Ach das ist von ihm hier. Ja genau. Überrestenplünder. Hey cool. Der Erzdiakon. Der Erzdiakon. Krass. Nicht schlecht. Können wir als Papst rumlaufen. Ist aber bestimmt wieder nur so ein Zauberding. Kannst du nochmal da hin kurz? Wo da hoch? Ne wo der Typ lag. Da stand doch Aktion wechseln. Ach stimmt. Aktion wechseln. Das war hier lesen. Ach so. Berühren. Ich berühre den Blutfleck. Guck mal da. Hier hat einer gekämpft. Ja wir sind nicht drauf gegangen. Nur einmal. Ja nur einmal. Hinterlassen wir dann auch so ein Blutfleck eigentlich für andere? Ja. Achso. Also da ist wirklich ein Spieler gestorben. Nicht irgendwie NPC mäßig einfach so. Cool. Cool gemacht. Was ist denn das da oben? Ein Kronenleuchter. Ich dachte auch das wären sie. Nein das ist ein Kronenleuchter. Sieht aus wie ein Skeletter. Jetzt sammle die Seelen schön ein. Unsere Mikro wenigen Seelen. Ne das sind 3000. Wursch. Wo haben wir die her? Hä? Halt. Oh ich will den nicht angreifen. Was mach ich denn jetzt? Na doch. Musste. Wir müssen uns das hier angucken. Ich schaff den nie. Na gut. Ich werd's tun. Aber ich mach jetzt eins. Ich logg den jetzt an. What? Der zaubert nämlich. Oh hallo. Das war ja gut. Ich lass mich auch noch treffen. Oh dumm. Da hinten ist nämlich ne Seele. Ja. Äh ja. Jetzt kommt doch mal hierher ihr Penner. Da hast du jetzt grad ungefähr gefühlt 100 von denen schon gekillt. Ja ich weiß. Jetzt holzt du wegen zwei. Ja stimmt allerdings. Guck mal ich krieg's auch hin. Hahahaha. 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 Jetzt müssen wir ihn einloggen. Das geht nicht anders. Jetzt versuch ich das nochmal. Komm her. Hallo. Du sollst ja nicht beten. Geh doch einfach die Beine wieder verklappen. Dann kommen wir schon. Geil oder? Guck mal. Das ist unglaublich. Ich renne jetzt weg. Trink. Warte. Erst renne ich. So jetzt trinke ich. Jetzt bekämpfe ich den hier an der Ecke. Nein du musst viel Raum haben. Oh viel Raum. Du musst ja drum rum kommen um mich zu backstabben. Oh. Das wird nix. Und niemals. Hehehehe. Jetzt musst du rangehen genau. Guck mal. Geil oder? Hahahaha. Hey guck mal. Mach doch mal nicht nur weil du einen Schlag gelandet hast. Ja eben. Ja gut. Ja. Toll. Du hast gezögert. Nein. Ich zögere überhaupt nicht. Ich drücke einfach drauf. Hättest du ihn schon gebackstabt haben können. Ja. Du musst ihn dafür bestrafen dass er angreift. Genau. Sehr gut. Jetzt steh doch mal zu. Ich steh doch zu. Du gehst immer wieder vor ihm. Ja. Um ihn dann zu schlagen. Der dreht sich doch. Guck mal. Ne der hat sich nicht gedreht. Der hat sich gedreht. So dring dann den nächsten. Oh man ey. Trinkt noch nix. Ja besser wärs aber. Meinst du? Es kommt nur noch der eine oder da. Guck mal hier. Nicht voraus Gott. Was? Ach da. Was der da? Der da sitzt. Oh man wieso muss ich den auch noch machen. Ich geh jetzt erstmal da hinten rum. aus mir das Item holen. Warum? Er kommt bestimmt. Vor allem das ist auch noch einer dabei. Den ignorierst du voll. Stimmt. Ja den ignoriere ich ja erstmal voll. Den werde ich jetzt geheim tricken. Das hat sich ja gelohnt. Ich glaub mehr gibt's doch nicht. Kannst du auch eigentlich den ignorieren. Oh. Ja du hast ja. Ja. Traust dir ja nicht zu. Ne. Doch. Mach ich. Aber dann sterbe ich. Das wollen wir nicht. Ne. Jetzt hier runter gleich. Wir sind schon am Ende. Echt? Ja. Was? Ja. Das gibt's doch nicht. So schnell verging die Zeit. Ja krass oder? Dann hier Abschlussfoto. Vor dem Altar. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.